Au! Au! Der sticht mich. Es ist Hermanns Schuld. Hier sitzt der. Weißt du, wir geben immer alles und jedem Namen und dann vergessen wir immer, wie die Dinge heißen. Wie heißt der denn? Ich finde, Hermann passt eigentlich gut. Hi ihr Lieben, wir haben uns hier versammelt für ein super cooles, mega cooles, wahrscheinlich auch gruseliges Halloween-Video. Dass man diesen versammelt, klingt ganz schön offiziell. Das klingt sektenartig. Das ist eine Warnung. Wenn ihr keine gruseligen Dinge wollt, dann solltet ihr dieses Video vielleicht nicht ansehen. Wir wissen nämlich nicht, was wir gleich zu sehen bekommen. Wir lieben es uns zu gruseln. Wir sind auch richtige Halloween-Fans. Falls irgendjemand das noch nicht mitbekommen hat. Das hier ist aber die Light-Version, denn es ist mitten am Tag. Meinst du, wir hatten ja Nacht filmen sollen? 3 Uhr nachts. Ähm, ja, fangen wir an oder worauf warten wir? Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns super gerne abonnieren. Dazu einfach unter dem Video abonnieren klicken und dann seid ihr auch mindestens beim nächsten Halloween-Video wieder am Start und bei den Videos nach Halloween und bei allen. Hast du gemerkt, dass ich dir ein Kopfhörer reingemacht habe? Es war kaum zu übermerken. Okay. Oh nein, die Batterie ist ja gerade mal am Boden aufgefressen. Hermann, der fliegt die ganze Zeit um hier. Hermann, du Idiot. Hast du den jetzt abgebaut? Er funktioniert ja nicht. Soll er hier sitzen? Er hängt im Kabel. Hermann hängt fest. Jetzt hast du meinen Kabel. Hier sitzt Hermann, du Hut. Vielleicht ist es auch eher grüdiger. Nee, auf gar keinen Fall. Auf ja keinen Fall. 3, 2, 1. Leih. Das fängt schon gruselig an. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Was ist da? Ich weiß nicht, irgendwas ist da. Heißt das so ein Gitter in der Wand oder ein Fenster? So ein Kellerfenster. Kommt da Musik raus? Was passiert da? Da sind Hände. Da ist eine Kuppe oder ein Kind. Herr, wie hat sie das vom Auto aus gesehen? Das ist ja mal voll unrealistisch. Nein, ich will nichts mit Spinnen gucken. Ich will das nicht. Schreck dich allein. Hat sie erschlagen? Nein, ich habe 1.000 Minibabyspinnen da raus. Das ist das Schlimmste, was ich hier gesehen habe. Dachboden. Dachboden haben auch immer was Gruseliges an sich. Aber ich freue mich gerade, ob der Typ eigentlich das Gruselige an dem Video ist. Er klettert rauf, um was zu gucken. Hört er was? Wer guckt denn in der Nacht den Dachboden? Das ist eine richtig dumme Idee. Oh, dieses Knackenball. Ich glaube nicht, dass der Dachboden so verbil ist. Hast du das gesehen? Da, da war was. No. Oh, das stimmt nicht. Das ist alles Fake, oder? Sag mir, dass es Fake ist. Das sah gerade richtig krass aus. Aber er hat es zum Glück nicht gesehen, oder? Einfach wieder zumachen, was man nicht sieht. Das macht einem keine Angst. Hoffentlich hat er das Video nicht im Internet entdeckt. Das Reaction-Video darauf, dass die Leute das entdeckt haben. Hier bei uns. Liebe Grüße. Junge Mann, sie leben nicht allein in ihrem Haus. Nein. Das fühlt sich an wie so ein großes Suchbild, wo irgendwas nicht stimmt. Aber man weiß nicht, wo man hingucken soll. Die Schublade war offen. Also, ich glaube, der Schrank, der ist kaputt. Der steht schief. Lauf! 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 Würde ich genauso machen. Nice. Don't worry. She's not in the kitchen. Was ist das denn? Sie hat auch eine Anne-Free. Wie wir. Was ist denn das für ein Körper? Ich glaube, sie liegt Halloween. Okay, sie haben den Hund ins Badezimmer gemacht. Und so getan ist, sie ist das Haus verlassen. Und dann ist das passiert. Hä? Was macht der Hund? Die Tür auf und dann zieht er es hier und macht es wieder zu. Der Hund hat leuchtende Augen. Das finde ich gerade echt gruselig. Ist das ein echter Hund? Ist das ein Hundekostüm? Willi, sorry, ihr macht das bloß nicht nach. Wir sperren sie aber auch nicht ins Badezimmer. Okay, so ein Teletubbies. Das ist sowieso gruselig. Fängt der Fernseher jetzt an von alleine? Weiß. Oh Mann, solche Videos sind so gemein. Konzentriert sich so auf diesen kleinen Fernseher. Was passiert gleich? Was passiert gleich uns da? Unser neues Mitmachbuch ist da. Mein perfekter Herbst und wenn man es wendet, mein perfekter Winter. Also gleich zwei Bücher in einem. Es ist so schön geworden. Erhältlich in allen Buchläden oder online. Der Link und noch mehr Einblicke sind in der Infobox zu finden. Okay, ich glaube, die sind in einem Hotel. Das sieht schon nach einem gruseligen Hotel aus. Und der Hund? Hat der eine Fährte ausgenommen? Verfolgt der einen Geist? Was sieht der Hund, was wir nicht sehen? Oh Mann! Oh Mann! Es kriegt uns aber auch immer wieder. Wie hat der dem Hund die roten Augen gemacht? Das frage ich mich. Ich denke, es ist eine App gewesen. Oder Hundekontakt. Ich bin so schreckhaft. Ich bin einer der Typen, der im Kino einfach schreit, wenn irgendwas Erschreckendes passiert. Und alle gucken mich dann doof an. Ich tue so, als wäre ich es nicht gewesen. Und gucke jemand anderen doof an. Und ich tue so, als würde ich sie nicht kennen. Mann, wo sehen wir denn jetzt schon wieder? Wer hat eine rote Taschenlampe? Da war gerade ein Gesicht im Fenster. Aber auf der anderen Seite ist nichts mehr. Der Tanz ist auch ein bisschen gruselig. Was? Was? Da im Schrank ist wer? Da waren wir! Hast du es gesehen? Und sie tanzt einfach seelenruhig. Ich kann nie wieder TikToks machen, ohne dass ich hinter mir in den Schrank gucken muss. Oh, kennt ihr das? Wenn man nachts irgendwie aufs Klo muss und dann guckt man in den Spiegel und denkt nur so, bitte lass mich niemanden hinter mir sehen. Wenn ich nachts ganz alle noch wach bin und mein Gesicht wasche oder so, dann habe ich so Angst, wenn ich gleich mein Gesicht abtrockne, weil er auch wieder aufmacht, dass da hier irgendwer hinter mir steht im Spiegel. Deshalb möchte ich auch keine Duschvorhang bei mir zu Hause haben. Was Gruseligeres gibt es ja gar nicht. Ein Topversteck für Einbrecher und für Geister. Geister können überall hin, aber die würden auch hinter den Duschvorhang gehen. Und Zombies. Jeder. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Wurm. Was ist wie ein Wurm? Ja, eben so ein Tier, oder? Das ist von Bakterien, da steht auch noch mal ein Wurm. Keine Ahnung. Mehr eklig als gruselig. Okay, dieses Video wurde aufgenommen von einer Familie, die durch die Niagara-Fälle gefahren ist. Und da stehen die Leute komisch rum? Hä? Wie? Die stahlen alle irgendwo hin? In einem Baum. Das ist so ein Baum am Beton. Manche umarmen wollen, andere stahlen sich an. Ganz schön creepy. Stell dir vor, du wachst auf und bist alleine auf der Welt. Also du gehst einfach raus und niemand ist da oder so. Oder alle schlafen wie bei Nordröschen oder so. Ja, cool. Kann ich dann in die Bank gehen und alles rausholen, was ich will? Ja, du kannst auch einfach in den Supermarkt gehen und alles rausholen, was du willst. Du brauchst nicht mehr Geld mehr aus der Bank. Ich brauch kein Geld mehr. Gibt es noch Tiere? Ich stelle mir das ziemlich einsam vor und irgendwie langweilig und irgendwie gruselig. Stell dir vor, die Straße ist komplett verlassen. Kein einziges Auto. Du bist ganz alleine. Das ist schon ein bisschen übel. Stell dir vor, es gibt noch die Tiere. Da muss ich mich um alle Hunde, Katzen und Pferde kümmern. Also, wie Zeit hast du? Gar nicht die alle zu füttern? 1000 Hundefutter zubereiten für alle Hunde in deiner Stadt? Oh nein, eine unbekannte Kreatur wurde aufgenommen. Das ist bestimmt ein UFO gleich. Ja, wo ist es? Oder ein Yeti. Da, 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 da. Es läuft auf uns zu. Oh. Das kann alles gewesen sein. Das kann auch einfach jemand gewesen sein, der noch pinkeln musste und das Auto hatte einen Prank machen wollen, wegfahren und dann lauft er einfach dem Auto hinterher. Der gehört zur Familie. Oder so ähnlich. Was ist das? Ich glaube, das sind so getrocknete Pflaumen und das sieht aus, als wäre da eine getrocknete Spinne mit dabei. Mahlzeit! Das Einzige Gute ist, dass man die wahrscheinlich verklagen kann und dann reich ist. Ich hoffe. Es war nicht noch das Spinnenbaby auch dabei, aber das hat man schon genüsslich verputzt oder so. Boah! Wie schmeckt das? Naja, wenn es lang neben den Pflaumen liegt, schmeckt es vielleicht ähnlich. Keine Ahnung! Ich habe zufällig noch nie eine Spinne gegessen. Hey, man sagt doch, man isst im Leben sieben Spinnen oder so in der Nacht. Ich bin überzeugt davon, dass das eine Lüge ist. Das ist so ein Fake News, das hat irgendwer verbreitet, aber das stimmt nicht. Habt ihr das schon mal gehört? Angeblich war man in der Nacht den Mund offen hat. Ich hoffentlich nicht. Krabbel Spinnen in den Mund und dann isst man die. Dann würde man die doch eher einatmen. Dann würde man auch dran ersticken. Also ich glaube das nicht. Vielleicht sind das Minispinnen, die man gar nicht sieht. So Mücken. Jeder hat schon mal vom Radfahren und sich in die Mücke verschluckt, oder? Ich werde die nächsten Nächte mit einer FFB2-Maske schlafen. Spinnenabwehr, sehr gut. Okay, das ist... Zellum-Deko. Die ziehen ihn bestimmt gleich rein. Wow! Der weiß nicht zu wehren. Ich glaube, der hat Schreck bekommen. Was ist das für ein Aggressionspotenzial? Der hat halt Schreck bekommen. Das war halt aus dem Affekt. Das muss er vor Gericht auf jeden Fall so sagen. Hallo! Das geht doch mal gar nicht. Richtig crazy. Ein 30-jähriger Mann hat im Schrank einer Studentin gewohnt. Heimlich. Wie lange? Was hat er da gemacht? Und sie dachte, es ist ein Waschbär. Ich will auch keinen Waschbär in meinem Schrank, aber dieser Mann ist noch schlimmer als ein Waschbär. Oh nein! Hätte in deinem Schrank nur mal Platz? Ach, du hast ja eine Kleiderstange. Das ist ja praktisch. Da kann sich gar keiner verstecken. Kein Waschbär und kein Mann. Bei mir kann man auch nicht unter das Bett, weil das geht bis zum Boden. Das sind richtig gute Hacks. Und in Amerika sind halt diese Wandschränke. Die sind halt riesig. Das ist cool, wenn man viele Klamotten hat. Aber da können sich Männer oder Waschbären drin verstecken. Also passt lieber auf. Hier hängt, glaube ich, gerade in Spiegel ab. Dahinter ist ein Loch. Ein großes Loch. Da könnte auch ein Mann drin sein. Oh, da ist ein Wasserraum dahinter. Das könnte ein Waschraum werden. Das sind zwei Räume. Nö. Wie? Krabbelt rein! Ich will wissen, was da los ist. Los jetzt! Ihr passt da schon durch. Wie, der wohnt vielleicht wer? Weiß nicht. Vielleicht ist es die Nachbarswohnung. Hallo! Ach so, entschuldige. Ich wollte Sie gar nicht beim Abendessen stören, aber wissen Sie, hier wird wieder geputzt. Wenn da jetzt auch eine Spinne rauskommt, rast dich aus. Vielleicht ein Waschbär. Kommt auf! Ich finde Mäuse ja echt süß, aber ich habe Angst vor diesem Schreckmoment. Den, den wir gerade gesehen haben, wisst ihr? So Mäuse, die sind ja eben so schnell und dann springen die und was ist, wenn sie mir ins Gesicht springt? Davor habe ich Angst. Trotzdem finde ich Mäuse süß. Du bist niemals alleine. Ich will einfach laufen. Das ist eine Qualle. Was ist das? Eine Qualle. Eine Riesenqualle. Da ist jemand auf seinem Surfbrett unterwegs und dann sind da mehrere Riesenquallen. Wie kommt der da jemals wieder weg? Was ist das? Ist das ein Oktopus? Ihhh, alles voll. Mich sowas von gar nicht mehr bewegen, weil meine größte Angst wäre in diesem Moment einfach von diesem Surfbrett runterzufallen. Waren das tödliche Quallen? So große Quallen, die schauen für mich tödlich aus. Ja, was ist denn das Gruseliges? Irgendwie hatte die Mutter kein Gesicht. Ich glaube, das sind zwei lebendige Kinder und ein nicht so lebendiges. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Okay, das ist ein Friedhof. Und sie sitzt im Auto. Und das Auto sagt, da ist jemand. Diese Parksensoren, die zeigen an, dass der wer geht. Aber es ist niemand da. Das ist furchtbar gruselig. Ich habe gerade gar nicht Lust, an einen Friedhof zu gehen. Aber wer fährt an einem Friedhof mit einem Auto durch? In Amerika fährt man überall, wie sie so drive in Friedhof. Da kann man vom Auto aus eine Kerze anzünden. Eine Schaukel, die ganz schön wild alleine schaukelt. Vielleicht ist das neben dem Friedhof. Das ist ein Halloween-Make-up. Hier wird gleich geschminkt, das sehe ich schon. Die Finger sind nie versprechend. Ich finde auch ihren Ausdruck sehr gut. Mit einem Löffel. Okay. Sie fühlt, sie fühlt es richtig. Wie fühlt? Eine Treppe. Im Wasser. Die nach unten führt. Wie heißt die Stadt unter Wasser? Atlantis. Glaubst du, das geht dahin? Vielleicht. Aber würdest du runterlaufen? Nein. Ich bin dafür, dass eine Maus oder eine Spinne rauskommt. Das ist eine Schlange. Und tschüss. Guckt immer noch in eure Stiefel, bevor ihr sie anzieht. Irgendwie ist da was Hartes drin. Die würde doch 100% beißen. Hallo, was machst du in meiner Höhle? Ich so, hallo, was machst du in meinem Schuh? Wie gruselig war es auf einer Skala von 1 bis 10? Schreibt es mal in die Kommentare. Bitte sagt mir, dass ihr mindestens einmal auch geschrien habt vor Schreck. Da waren ein paar Schreckmomente dabei. Ich bin nicht die einzige Sache. Nicht vergessen, abonniert den Kanal von Vicky, Sarina und Hermann Rüdiger. Nee, Rüdiger passt aber nicht zu ihm. Und schaut bei uns auf TikTok vorbei, da sind wir super aktiv. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wow.